diese übung verlief sehr gut ihr gewann 300 erfahrung der bla bla 3 35 10 8 weiter fernkampfwaffen armbrust zehn schritt wieder weil sonst naja könnte ich auch machen gleich war ich ganz weit weg aber halt dann auch armbrust weil bogen kann ich nicht und kann ich nicht so gut ziehen weiter nach links muss weiter nach rechts oben und ist ja das durchschluss getroffen so weiter fürst olaf meldet seinen wunsch an dass ihr euch seinen neuen militärfeldzug anschließt ihr müsst mindestens acht soldaten in die armee einbringen und man weiß durch schleunigst weitere männer zu rekrutieren wenn er nicht genügt genug habt okay aber ich mache noch einmal fernkampfwaffen wurf besser ich habe euch ja versprochen danach muss ich aber leider gehen ja so ich habe wurf besser bekommen da seht ihr wo ich halte wurfmesser an der klinge fest hallo wer bist du hallo aha es ist hässlich schade okay falsche taste wir müssen der linie auf boden bleiben punkte würden punkt wird nicht gezählt daneben aber trotzdem getroffen so und hier ist ungefähr so aus weiß ich weiß ich ja das wirklich durch da muss ich noch mal ja ist mir egal ich muss ja jetzt gehen so und wir sind schon im nächsten video hallo und willkommen im nächsten video nein so ist das olaf bist du olaf bist du olaf ich suche fürst olaf 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 ja wo ich schon gerade bock knuder ok da bist du olaf 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 o hervorragend ich werde ich werde euch einen boten schicken sobald ihr euch so weil ich eine aufgabe von euch habe folgt uns dahin und bleibt in der nähe wir werden bald abdrücken ja wir werden bald abrücken dann dann bekomme ich eine nachricht klar möchte mit euch sprechen und dann hauen die ab reitübung dann üben wir jetzt mal einer waffen weiter ach nee dass das macht ich noch nie ach mochte ich das nicht einmal muss dabei das ding zerschlagen weiter und so schnell wie möglich zum beispiel war das blöd und läuft das dann durch blöd das pferd ja das mache ich kein bisschen reittraining mit einem treffen so kann ich mit meinem samuraischwert ja und verfehle und auch verfehlt und getroffen so aber ihr könnt dann so euch die strecke ansehen ich könnte glaube ich sogar besser aber dafür bin ich zu schlecht schlecht gelaunt dafür bin ich zu schlecht gelaunt und naja gelaunt bin ich gut aber ich habe kopfschmerzen kann mich nicht konzentrieren heppa ich habe richtig schön kopfschmerzen bin müde hatte heute noch langweilig unterricht obwohl ich keine schule mehr brauchte weil ich ja fertig bin aber dabei werde ich euch nicht zuschauen lassen ich weiß noch nicht weil ich spiele verlief nicht so gut er interessiert mich nicht fernkampfwaffen armbrust ne doch fernkampfwaffe armbrust 70 schritt guckt euch das mal an wie weit die jetzt entfernt gestellt wurden das sind solche gott bist du hässlich der sieht hässlich aus wie weit die das entfernt hingestellt haben ich glaube ich treffe was rot der war nicht so schlecht noch ein bisschen weiter nach da müssen weiter runter und dann steuerung 9 so nee das ist blöd so er legt nach und jetzt als luke nimmt wir schießen und wir verfolgen wie der fall ganz langsam verfehlt da fehlt gut klar und nein und das ist unfair gut flog der hoch hüpf 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 okay mhm so also kaputt wieso hier ist doch die linie das ist unfair kann man auch so ein doppeltreffer machen und wer mich eben durch den einen durchgesprungen nur dran vorbei ok mal gucken wen treffe ich meinen leuten kann die jungen verlief gar nicht gut also nicht gut so die kern mal wieder zurück zu olaf oder vermisst und schon und damit das warten schneller vorangeht für den für uns wenn wir jetzt hier warten und dabei kohle bezahlen obwohl wir eigentlich auch draus warten können nur wenn wir in der buch sind waren wir kohle ja olaf ich bin doch bei dir geht zu halle der fürsten und ich erwarten jetzt alle fürsten die olaf angefordert hat und irgendwie ging wie ganz langsam hoch und das mit hohe gehen auf du truhe okay geht nicht fürst gerald first aid ja lass mich durch post oder auf hässlich fürst ragnar könig ragnar fürst maragiri fürsten die selder fürst reihe fürst nun da so und es gibt natürlich auch fürst nennen und bei denen kann man auch irgendwie so ehre bekommen und dann irgendwie die auf ihre seite bekommt wie weiß ich leider nicht kann ich euch mit etwas hilflich sein gibt es etwas mit dem ich euch eure grund gewinnen kann nein im moment habe ich kein will darf für einen gönner möchte eine beziehung zu einem fürst verbessert könnt ihr mir dabei helfen und mit den wenn ihr glück habt sagt sie dann irgendwie ja könnte mir vielleicht helfen meine tochter oder was auch immer wurde meine tochter meine tochter wurde entführt oder so ein kack kam aber naja ich glaube das mache ich demnächst ein video das vorlesen muss ich ja jetzt oder kann ich so absprich aber gerne mache ich bin nötig frei ein freiwilliger aufklärt wir wissen was überlegt ging wir müssen jetzt burkele retter suno und ibran ausbinden ja ich bin nämlich freiwillig sehr gut wir sollen uns jetzt erst mal ja so einen nächsten video das ausspielen das heißt wir sehen uns das nächste mal das nächste mal ist die woche also bis zur nächsten woche bis dann